Hallo ihr Lieben! Ja, da bin ich wieder. Und ich habe mich dazu entschlossen, heute mal ein ganz spezielles Video zu machen. Und zwar ein Video, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es nenne, vielleicht Starter-Sets oder Pflege für Anfänger oder sowas, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ganz, ganz, wirklich ganz viele von euch mir gesagt haben, Mensch Jasmina, ich bin durch dich und deine Videos irgendwie wieder auf das Thema Pflege gekommen und habe richtig Lust irgendwie mich zu pflegen oder ich habe richtig Lust damit anzufangen. Denn ganz viele haben irgendwie noch die Pflege, die sie benutzt haben, als sie irgendwie mit 20 angefangen haben und was häufig irgendwie noch von der Mutter irgendwie im Bad stand oder letztens sagte mir auch jemand, ich habe immer noch, ich nehme immer noch Nivea, weil meine Großmutter das genommen hatte. Und ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, weil Nivea hat sicher ganz viele gute Eigenschaften. Ich weiß nur nicht, ob das für Ü40 noch fürs Gesicht ausreicht. Aber nichtsdestotrotz ist das Hauptproblem derjenigen, die dann sagen, du stellst mal so viele Sachen vor, was soll ich denn davon nehmen oder was muss unbedingt in meiner Pflege drin sein. Deshalb habe ich mich entschlossen, das Video zu machen, wo ich sage, wenn ihr wirklich startet und gar nichts habt zu Hause, dann sind die Produkte, die ich euch heute vorstelle, so kleine Sets, wo wirklich alles drin ist, genau das Richtige für euch. Und das machen wir heute. Allerdings wollte ich gerne zwei Sachen ansprechen, bevor wir loslegen. Ihr denkt wahrscheinlich jedes Mal irgendwie so eine Vorrede von der Alten. Also ich wollte eine Sache kurz sagen zu meinem Perücken-Video, was ihr ja scheinbar ganz cool fandet. Da hat mich einige von euch gefragt, Mensch ja, warum bestellst du da nicht gleich in Deutschland? Es gibt doch ganz tolle Perücken von XY für 150 Euro oder ganz hochwertige. Also ich möchte ganz kurz bezweifeln. Hochwertige Perücken. Also eigentlich bekommst du ja immer das, wofür du bezahlst. Und wenn du 150 Euro für eine Echthaar-Perücke, die dir bis hierhin geht, bezahlt, das kann keine Qualität sein. Weil Haare einfach, das ist so wie Rinderfilet, da gibt es einfach einen Marktwert oder Hummer oder was. Das ist ein Marktwert, da kannst du nicht drunter gehen, dann kann es nicht echt sein. Und tatsächlich ist es auch wirklich so, dass ich keine Perücke gefunden habe in Deutschland. Ich habe wirklich ganz viele auch ausprobiert. Ich will jetzt nur niemanden dissen. Ich könnte euch jetzt auch all die, die ich in Deutschland mal gekauft habe vor zwei, drei Jahren, könnte ich auch jetzt hochzeigen und sagen, das fand ich doof. Will ich nicht, weil euch bringt das nicht weiter und die Firma jetzt auch nicht. Aber falls ihr jetzt sagt, Mensch, ich kenne mich richtig gut mit Perücken aus und habe schon einige Gute in Deutschland bei Hersteller XY bestellt, dann sagt mir das ruhig. Dann bin ich gerne bereit, das mal auszuprobieren. Aber glaubt mir, wenn ich sage, ich habe ganz, ganz viele Marken ausprobiert auf der ganzen Welt. Ich habe mir auch mal eine aus Australien und sogar eine aus Brasilien schicken lassen. Das ist gar keine gute Idee, Brasilien. Und das war irgendwie am Ende des Tages, sind die, die ich euch vorgestellt habe, plus noch ein, zwei auch aus Amerika. Die besten, die ich gefunden habe. Aber ich habe jetzt auch mal eine englische Firma angeschrieben. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust, das zu bezahlen. Ich habe gefragt, ob sie mir eine schicken wollen, damit ich sie vorstelle. Weil ehrlich gesagt brauche ich keine neue. Deshalb habe ich gedacht, mal gucken, ob die zusammenarbeiten wollen. Das war das Erste. Und das Zweite. Es ist ja nicht nur, nicht ich nur habe einen Lehrauftrag, was Pflege und so weiter betrifft, sondern netterweise schreiben mir auch einige von euch Dinge drunter, die ich entweder vergessen habe zu sagen oder die vielleicht meiner Aufmerksamkeit entgangen sind. Und so auch das folgende Thema, was mir wirklich schwerfällt. Diese wahnsinnig tolle Sonnenschutzcreme von von Diaclairs, die Soft Airy UV Essence Everyday Sun Protector Lichtschutzfaktor 50. hat es einen kleinen Skandal gegeben, die und noch eine andere, die tatsächlich gar kein... Es hat sich scheinbar herausgestellt, obwohl, das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen, dass es doch nicht Lichtschutzfaktor 50 hat, sondern nur zwischen 15 und 19. Zwei unabhängige Labore in Deutschland auch noch haben das getestet. Und wir wissen ja, wenn wir eins können, dann ist das gründlich sein. Und die haben festgestellt, dass es tatsächlich zwischen 15 und 19 sind. Es ist weiterhin eine ganz tolle Feuchtigkeitscreme, die mit beiden Augen zu drücken einen Sonnenschutzfaktor von 20 hat, aber nicht eben 50, wie es draufsteht. Aber ich würde euch trotzdem nochmal das letztendliche Urteil gerne sagen, weil es ist immer ungerecht für so eine Marke, wo man sagt, ja, es gibt den und den Skandal. Der ist noch nicht ausgestanden. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Deshalb würde ich euch da noch ein Update geben. Aber ich möchte nicht versäumen, euch zu sagen, welche Creme ich trotzdem noch ganz toll finde. Die hat wirklich Lichtschutzfaktor 50. Das ist die Aloe Soothing Sun Cream von Corsarex mit dem Lichtschutzfaktor 50. Grandiose Creme, gerade unter Make-up. Und die habe ich geschickt an einer meiner Fans nämlich. Das ist Simone Tumala. Kennt ihr Simone? Simone ist eine Schauspielkollegin von mir. Und ich stehe total auf Simone. Ich finde Simone total sexy. Und Simone ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass Frauen manchmal sogar noch besser werden, also auch einen größeren Sexappeal haben mit dem Alter. Also ich finde sie ganz rasend. Die hatte mich nämlich gefragt, ob ich eine Creme kenne, mit einem hohen Lichtschutzfaktor, den man gut unter Make-up benutzen kann, weil sie eben täglich geschminkt wird am Set. Und da habe ich ihr diese empfohlen. Ich hoffe, sie findet sie toll. Sie muss sie heute bekommen haben. Das dazu. So, jetzt fangen wir aber an, Leute. Und ich freue mich riesig. Und ich freue mich auch wieder auf euer Feedback. Denn wir starten als allererstes mit einer Sache, die mich komplett umgehauen hat. So, wir starten, würde ich sagen. So, wir starten mit einer Sache, die mich total umgehauen hat. Und zwar schon nach dem dritten Tag der Anwendung. Das ist jetzt kein wirkliches Set. Aber ich sage, wenn ihr euch gar keine Serien und gar keine Cremes und Sonstiges holen wollt, sondern einfach nur sagt, ich bin so der Nature-Typ, ich brauche gar nicht. Aber eine Sache, die ich euch ganz dringend ans Herz legen möchte, ist eine LED-Maske von Current Body. Das ist eine LED-Maske, die nur Rotlicht hat. Ich habe ja, glaube ich, irgendwann mal eine vorgestellt, die verschiedene Lichter hat, die für verschiedene, sage ich mal, Problemzonen geeignet sind. Das ist eine reine Rotlicht-Maske. Und ich habe die schon in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen im Internet rumgeistern sehen. Ist der absolute Renner bei allen Celebrities. Also gerade in Amerika sind die total verrückt nach dieser Maske. Und ich will euch ein bisschen was zu Rotlicht erzählen. Also diese Maske besteht aus Rotlicht und Infrarotlicht. Die Sonne besteht zu, weiß ich nicht, 50 Prozent aus Rotlicht oder Infrarotlicht. Infrarotlicht übrigens ist nicht sichtbar für das Auge. Das, was ihr seht, ist das Rotlicht. Und da ist seit Jahrhunderten schon erwiesen, dass Rotlicht einfach ganz toll ist bei Leuten, die Arthrose haben, bei Wundheilung. Das öffnet diese Wärme, öffnet die Blutgefäße, das regt sie an, sich eben zu erweitern und den Heilungsprozess der Haut eben anzukurbeln. So, beim Infrarotlicht ist es so, dass es die Infrarotlicht A, Infrarotlicht B, Infrarotlicht C Strahlen gibt, die verschiedene Nanometer tief sozusagen oder verschiedene Millimeter tief mit so einer Nanofrequenz in die Haut eindringen. Das ist im Prinzip das, was auch diesen Anti-Aging-Effekt bei dieser Maske auslöst. Es hat die Omni-Flex-Technologie, das ist also das, was du, wenn du in Arztpraxen bist und dort eine Rotlichtbehandlung bekommst, wenn du im Kosmetikstudio bist und so weiter. Das ist der absolute Goldstandard, was dieses Rotlicht betrifft, wenn du das außerhalb von zu Hause machst. Dass es das für zu Hause gibt, ist wirklich sensationell. Und was das Tolle an dieser Maske ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es hat eine Silikon-, also so eine flexible Silikon-Beschaffenheit. Alle anderen Masten, die ich bisher ausprobiert habe, waren ziemlich hart. Das heißt, es ist A, sehr unangenehm gewesen auf der Haut und B, hast du, wenn du, ich meine, jeder hat ein anderes Gesicht. Ich habe zum Beispiel ein ganz schlankes, bei mir sind einige einfach immer so ein bisschen runtergerutscht, sodass ich es immer hier halten musste. Das ist bei dem nicht der Fall. Du hast hier hinten so einen Strap, das machst du dir halt dran. Aber das absolut Geilste an dieser Maske, finde ich, ist, hat hier eine Powerbank. Die lädst du einmal, und was soll ich euch sagen, Kinder, ich glaube, mit einer Ladung drei Wochen ausgekommen. Und du kannst sonst was machen damit. Du kannst damit rumlaufen, was ich jetzt nicht tue, ich mache es abends im Bett sowieso. Aber theoretisch, wenn du sagst, ich habe dafür keine Zeit, könntest du jetzt auch einfach am Computer drum machen und was anderes machen. Die Anwendung ist zehn Minuten. Und das Tolle, du sollst auch gar nicht mehr machen, du sollst es drei bis fünf Mal in der Woche, um die Ergebnisse, die du möchtest, zu erzielen, anwenden. Und es schaltet sich automatisch nach zehn Minuten ab. Da musst du gar nichts weiter machen. Es wird mitgeliefert in so einer Tasche. Da hängt jetzt mein Herz nicht dran. Allerdings, wenn du das mitnehmen möchtest oder jemand bist, der oft unterwegs ist, dann ist das natürlich toll, weil das ist einfach hygienischer, wenn du es dann in so einem Beutel haben kannst. Ich brauche es nicht, weil es, wie gesagt, jeden Tag, jeden Abend neben meinem Bett liegt. Du kannst und sollst wahrscheinlich auch diese Maske, das ist eine Firm Hydrate Nourish Maske mit Hyaluron und so weiter, die kannst du da runternehmen und dann die Maske darüber. Ich habe es komplett gelassen. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich mir gedacht habe, wenn du investierst in diese Maske, die ehrlicherweise kein Schnäppchen ist, aber von der ich hundertprozentig überzeugt bin, dass sie jeden Cent wert ist. Wenn du in sie investierst, glaube ich nicht, dass du bei jeder Anwendung diese Maske dazu nehmen wirst. Erstmal, ich mag Masken sehr gerne, aber ich wäre jetzt nicht jemand, der drei bis fünfmal die Woche diese Maske benutzt. Und ich wollte euch eben berichten, was meine Ergebnisse sind, wenn man eben das nicht dazu nimmt, sondern wirklich nur die Maske, so wie sie gemeint ist. So, was ich noch wichtig finde zu erzählen oder zu erklären, was diesen Anti-Aging-Faktor ausmacht, Dieses Rotlicht stimuliert die Fibroplasten, das sind so Hautzellen und regt sie an, Kollagen und Elastin wieder zu produzieren. Und das ist ja das, was uns im Alter, sage ich mal, mit der etwas reiferen Haut ein bisschen fehlt. Das macht die Spannkraft aus, das macht das aus, dass die Haut frischer aussieht. Und das ist das, wo die Leute dann nachher sagen, Mensch, warst du im Urlaub oder du siehst du ausgeschlafen? Und das, also ich war ein bisschen beleidigt, weil ich habe natürlich Fotos gemacht über den Zeitraum verteilt. Die fand ich aber nicht aussagekräftig. Und da habe ich mich so geärgert, weil ich gedacht habe, Mist, ich mag euch so gerne so ein Wow-Vorher-Nachher-Effekt zeigen. Die Sache bei dieser Maske ist einfach nur, ich sah einfach ganz geil ausgeschlafen aus. Wisst ihr, ich sah so entspannt aus. Meine Hauttextu hat sich einfach verbessert. Ich habe so ein pralleres, frischeres Aussehen gehabt. Das kannst du gar nicht so richtig beschreiben und das lässt sich anhand von Fotos leider nicht so gut dokumentieren. Aber ich kann es nur damit am besten erklären, wie es ist, wenn ihr aus dem Urlaub kommt. Ihr seht einfach toll aus. Es macht eben ganz viel auch bei Leuten, die Akne haben. Da beruhigt das auch ganz toll. Da hätte wahrscheinlich so ein Foto ein bisschen mehr gebracht als bei mir. Ach ja, und eine Sache habe ich gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so wie bei allem, was ich euch vorstelle. Ich bin keine Ärztin, ich bin schon gar keine Dermatologin oder ich berichte ja nur von meinen Erfahrungen. Ich würde euch immer raten, wenn ihr irgendwelche Vorerkrankungen habt, dass ihr euren Arzt vorher fragt. Und ich glaube, dass Leute, die an Lupus erkrankt sind, bei Rotlicht grundsätzlich ein bisschen vorsichtig sein müssen. Berichtet mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das mal gehört zu haben. Von daher fragt im Zweifel einfach euren Kosmetikerin oder euren Arzt, wenn ihr mal da seid. Aber die Maske an sich hat mich wirklich, die hat mich total begeistert. Tolles Produkt. Probiert es doch aus. Ich habe euch unten auch mal, habe ich euch einen Link reingepackt von Current Body. Und ich habe auch einen kleinen Coupon-Code. Ich glaube, 10 Prozent. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Da werdet ihr einiges sparen, weil ich sage es nochmal. Das ist eine Investition, die man sich gut überlegen sollte, aber die sich aus meiner Sicht hundertprozentig rentiert. Kommen wir zum nächsten Produkt. So, kommen wir zu dem, was ich gesagt hatte, nämlich zu den Sets, die ich euch uneingeschränkt ans Herz legen möchte. Und wenn ihr gar nicht zu Hause stehen habt und nur mit sozusagen einem Brand anfangen wollt, stelle ich euch die vor, die mich in den vergangenen, sage ich mal, zwei Jahren am meisten überzeugt haben in der Wirksamkeit. Dazu gehört UC-Derm. Und ich stelle euch dieses Set vor, was zusammenkommt. Das sind diese drei Produkte. Und ich versuche, mich kurz zu fassen, aber euch trotzdem alles zu erklären, was mit UC-Derm zu tun hat, weil die wirklich ganz speziell sind. Also wir starten mit Bivenom. Das besteht aus Bienengift. Apitoxin ist der Hauptbestand. Also Api ist wahrscheinlich für Bienen und Toxin ist das Gift. Gift. Also überall grundsätzlich, wo Toxin draufsteht, bedeutet Gift. Ich weiß gar nicht, warum mein erster Freund mich so mit Nachnamen hieß. Dann hätte ich gleich gewusst, was auf mich zukommt. Genau. Aber wie sagt der Mediziner, die Dosis macht das Gift. Das ist natürlich so niedrig dosiert, dass es von Nutzen ist und nicht uns schadet. Stellen wir uns vor, was passiert, wenn eine Biene uns sticht? Wenn eine Biene uns sticht, haben wir eine Hautreaktion. Das heißt, der Körper versteht, ich glaube, es heißt Melitin oder so, das ist dieser Hauptbestandteil, was in diesem Bienengift, in diesem Apitoxin drin ist, dringt sozusagen in die Haut ein. Unser Körper versteht, okay, alles klar, wir müssen eine Reaktion hervorrufen. Man schüttet Histamine aus und so weiter. Und als Hautreaktion sehen wir halt Schwellung und es ist ganz rot und es ist ganz heiß. Und es animiert eben den Körper, Kollagen und Elastin zu produzieren, um diesen Bienenstich Herr zu werden. Und diese, sag ich mal, Vorgehensweise hat sich die Kosmetik zunutze gemacht und hat gesagt, Moment, dann verpacken wir das doch schön in eine Creme, so dosiert, dass das gut für den Körper ist. Aber im Prinzip ist es genau das. Die Haut, wenn du dieses Bivinum drauf machst, und das ist auch wirklich das, was ich als erstes, nachdem ihr euer Gesicht gewaschen habt, drauf machen würde. Das ist ein ganz leichtes, flüssig, na, flüssig nicht, aber ein Pumpding ist übrigens genug. Es ist genug für Gesicht und Hals, würde ich sagen, und Dekolleté. Im ersten Moment denkst du, es ist so ein bisschen schleimig, aber es zieht unglaublich gut und sogar schnell in die Haut ein, sodass für die Leute, die es irgendwie eilig haben morgens, die warten zwei, drei Minuten und dann ist es, na, zwei, drei Minuten musst du noch nicht mal, 30 Sekunden, würde ich sagen, und dann kannst du mit dem nächsten Schritt weitermachen. Es ist wirklich ganz, ganz toll und es, ich habe das manchmal auch nur als Make-up-Unterlage. Wenn ich jetzt zum Beispiel so wie jetzt, gehe ich nicht raus, mache ich jetzt nicht unbedingt die Lichtschutzfaktor 50 drauf, aber ich mag ganz gerne so eine techy Unterlage haben, ganz toll. Es hat so einen ganz kleinen, ja, so einen kleinen bapsigen Effekt. Mag ich sehr gut und ich habe auch vor allen Dingen das Gefühl, dass es eben optimal, weil es die Haut eben so ein bisschen öffnet und die Hautbarrieren so ein bisschen öffnet, die Haut optimal auf die anderen Pflegeschritte, die danach kommen, vorbereiten. Fantastisches Produkt. Ah ja, wichtig vielleicht mal zu erklären, einer der Lieblingsprodukte, glaube ich, also nicht das, aber ich glaube, Bienengift, schwirrt die Herzogin von Kent. Ist das Kate Middleton, ist die Herzogin von Kent? Ich kenne mich so gar nicht aus, Benny Royals. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwann mal in einem Artikel gelesen, dass sie total vernaht ist in allen Produkten, die mit diesen Bienen, Pollen, Bienen, Extrakt, Bienengift und so weiter zu tun hat. So, das ist das Nächste. Als nächstes würde ich euch von UC Derm empfehlen, das Snail Cure Schneckenschleim. So, als nächstes würde ich euch von UC Derm empfehlen, das Snail Cure auf der Basis von Schneckenschleim. Ihr wisst ja, wie ich Schneckenschleim liebe. Und ich habe ja schon, ich packe es euch trotzdem nochmal darunter. Es gibt eine Studie, wie dieser Schneckenschleim gewonnen wird, weil auch da fragen mich immer wieder, und zu Recht, fragen mich ganz viele, wie wird dieser Schneckenschleim gewonnen? Übrigens, diese Bienengift, also gerade ist ja auch ein Riesenthema, dass das große Bienen sterben und so weiter. Wie kommt man sozusagen an das Sekret oder an das Gift, was man für Bivenom und andere Produkte eben auch braucht? Wie kommt man daran, ohne dass man die Biene umbringen muss? Weil die durchgeknallte Biene ist nämlich folgendermaßen, wenn die in Panik gerät, dann sticht die wohlwissend, dass sie auch dabei drauf gehen wird, weil ihr Stachel sozusagen so einen Widerhaken hat, der ihr praktisch, das hört sich so übel an, aber sie reißt sich selber sozusagen diesen ganzen Unterleib weg und dann stirbt sie. Sie haben also für diese Extraktion, sage ich mal, das Bienengift, so ein ganz spezielles Verfahren, wo sie die Bienen irgendwie, glaube ich, über so ein, nicht so ein Gitter, das ist das mit den Schnecken, aber irgendwie, die Biene sticht, aber sie sticht wohl so irgendwo rein, dass sie ihren Stachel wieder zurückziehen kann, ohne dass sie sich dann selber sozusagen verletzt und umbringt, durchgeknallte Alte, aber zurück zum Schneckenschleim. Der Schneckenschleim, da gibt es so ein Netz, aber ich habe unten, wie gesagt, die Studie auch reingepackt, so ein Netz, wo die Schnecken rüberlaufen und sondern dann eben diesen Sekret ab. Also was ist bei Snail Cure drin? Außer dem Schneckensekret hat es Kollagen, Elastin und Glykolsäure, das hat so einen ganz kleinen Peeling-Effekt, also Vitamin A ist auch noch dabei. Es wirkt hautberuhigend, antibakteriell, es gibt Feuchtigkeit ab, also der perfekte Begleiter zu Bivenom im Anschluss, um der Haut das zu geben, was sie am meisten braucht, auch gerade wenn wir über 40 sind, nämlich viel Feuchtigkeit und es regeneriert die Haut auch ein bisschen. Ganz, ganz tolles Produkt. Das letzte Produkt aus der Reihe von UC Derm, aus dem Starter-Set, sage ich mal, ist das Botulin-Effekt. Und zwar ist der Hauptbestandteil, das ist wirklich der absolute Rockstar in der Kollektion. Und ich sage euch mal, meine Freundin Franzi, und ich hoffe, sie schreibt da jetzt was drunter, meine Freundin Franzi ist, glaube ich, 40 geworden, ohne dass sie sich jemals groß Gedanken darüber gemacht hat, sich zu schminken, doch obwohl sie macht immer ein bisschen Augen-Make-up. Aber so pflegen und so weiter war normalerweise nicht ihr Ding. Sie schwört auf dieses Botulin-Effekt und auf die Snail Cure. Das findet sie mega. Das ist das Einzige, was sie benutzt. Und bitte, Franzi, schreib drunter, was deine Erfahrungen damit sind. Weil die Leute denken immer, ach, die übertreibt so. Aber es ist einfach eine echt geile Firma. Also UC Derm hat sich wirklich Gedanken immer. Zurück zu Botulin-Effekt. Botulin-Effekt ist der Hauptbestandteil Jumbo oder Spinantol, genau. Oder nennt man auch Paragresse. Paragresse, auch das habe ich euch schon mal erklärt, ist eine südamerikanische Pflanze. Vielleicht zeige ich euch nochmal das Bild. Und die ist dafür bekannt, dass es praktisch ein natürliches Lokal-Anästhetikum ist. Anästhetikum. Anästhetikum, Jasmina. Anästhetikum. Was es tut, es betäubt so ein bisschen die Haut. Und es führt dazu, dass die Muskeln, die direkt da unter der Haut sitzen, sich so ein bisschen entspannen. Und deshalb bei mir hat das Ding eine Sofortwirkung. Und sie hatte das auch bei Thomas. Und ich bin sicher auch bei Franzi, wenn sie das da drunter schreibt. Natürlich die ganz dicken Krater, die man hier oder so hat oder die Nasolabialfalte, wird davon nicht weggehen. Aber ich spreche von diesen Trockenheitsfältchen, von den Fältchen, die jetzt auch gerade irgendwie, wo wir ständig zu Hause sind und mit der Heizungsluft und so weiter zu tun und zu kämpfen haben vor allen Dingen. Da hilft das dagegen. Es ist etwas, was ich seit und selbst während ich meine ganzen asiatischen Pflegeprodukte benutze, habe ich das einer der wenigen Sachen und Retinol, die ich trotzdem nicht beiseite gelegt habe. Einfach, weil es wirkt. In der traditionellen chinesischen Medizin wird diese Paragresse auch seit tausenden von Jahren gegen Kopfschmerzen und Zahnschmerzen und so weiter, bei Rheuma, Eartrose und so weiter eingesetzt, weil es sowohl schmerzlindernd ist, als auch eben so ein bisschen die Muskeln entspannt. Und das ist im Prinzip ja unter der Haut auch das, was wir erreichen wollen. Es gibt trotzdem Feuchtigkeit ab und zusammen eben in dieser Dreierkombination ist es wirklich was, wenn ihr nur das nehmt und noch etwas mit Sonnenschutzfaktor am Schluss, dann braucht ihr tatsächlich nicht mehr. Gerade für die, die jetzt anfangen mit Pflege, ganz toll. So, kommen wir zum nächsten. So, das nächste Produkt habe ich euch schon mal vorgestellt. Und zwar war das einer meiner absoluten Favoriten aus dem Hause Misha. Und zwar ist das Bee Pollen Renew Cream und Bee Pollen Renew Ampulla. Das hatte ich, glaube ich, in meinen Pflegeprodukten aus Asien. Ich wollte jetzt nicht schon wieder YesStyle euch unten einblenden. Allerdings habe ich mal auf allen anderen Seiten geguckt, die dieses Produkt anbieten. Unter anderem auch Douglas. Und es ist mitunter doppelt so teuer. Also, ihr werdet das jetzt sehen, weil ich euch das wahrscheinlich rechts und links jetzt eingeblendet habe. Das ist auch einer der Vorteile eben bei YesStyle. Es dauert zwar richtig lange, aber die geben dann scheinbar so eine Sammelbestellung raus. Und dann wird das um einiges günstiger. Gut, zurück zu dem Produkt. Also, das besteht zu 42 Prozent aus Blütenpollen, also Blütenstaub praktisch. Und dieser Blütenstaub wurde schon in der alten Antike irgendwie zur Aufhellung der Haut irgendwie verwendet. Er regeneriert die Haut. Er gibt wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Er regt die Kollagenproduktion an. Das Elastin wird gesteigert. Er sagt, es ist das, na, ist wirklich ein Produkt, das werde ich bis ans Ende meiner Tage benutzen. Also, und bitte die Leute, die sich das bestellt haben, na, weil nach meinem asiatischen Video, bitte schreibt mir das, schreibt das da drunter. Weil ich glaube, dass die Leute mehr davon profitieren, wenn ihr auch euren Senf sozusagen dazu gebt, wenn ihr die Produkte kennt, über die ich spreche. Weil, wie gesagt, häufig denken die Leute, meine Güte, ey, die freuen sich auch über alles. Aber die Produkte, die ich vorstelle, sind auch nur mal die, die mich begeistert haben. Und dieses Produkt, ich schwöre euch, auf alles, was mir heilig ist, bis ans Ende meiner Tage. In Kombination mit dem Produkt, gerade die Leute, die sagen, ich brauche eigentlich nur Feuchtigkeit, ich will dieses ganze Retinol und so weiter nicht. Obwohl da auch Niacinamide enthalten sind. Und ihr wisst ja, was ich von Niacinamide halte. Das ist also das erstmal eines der meisterforschtesten Produkte heutzutage, weil so viele Studien in den letzten Jahren zu Niacinamide gemacht worden sind. Aber auch wirklich einer der effektivsten auf dem Gebiet des Anti-Aging. Aber nicht nur Anti-Aging, auch die Leute, die Acne haben, profitieren davon. Es ist wirklich ein absoluter Allrounder, Niacinamide. Es glättet auch ganz kleine Fältchen. Also ähnlich wie das, was ich euch eben von UC Derm vorgestellt habe. Das sind alles Produkte. Und ich stelle euch eigentlich auch nur Produkte vor, die für Leute sind, die so wie wir zwei, drei, vier oder fünf Fältchen haben. Aber nochmal, Niacinamide, selbst wenn du jung bist und an Akne leidest, bist du damit gut bedient. Weil es die Haut eben auch beruhigt und die Teigproduktion auch ein bisschen, oder die Teigproduktion in den Poren so ein bisschen reguliert, die Poren so ein bisschen verfeinert. Wirklich, also Niacinamide macht fast alles. Und das ist eben auch zusätzlich zu den Blütenstaub oder den Pollen in diesen beiden Produkten enthalten. Großartig. Kommen wir zum nächsten. So, das nächste Produkt kommt aus der Apotheke und ist für all die Ladies, die sagen, mir ist das alles irgendwie zu unsicher. Ich möchte gerne in die Apotheke, ich möchte gerne in die Apotheke oder in die Drogerie. Ich glaube, Roche-Posay gibt es auch in der Drogerie, oder? Man muss sich nochmal recherchieren. Aber die sagen irgendwie, da habe ich die beste Erfahrung mitgemacht. Und zwar ist das von Roche-Posay Hyalur B5. Einmal haben wir das Serum und dann haben wir Anti-Wrinkle Care Repairing and Re-Plumbing. Basiert auf Hyaluronsäure. Zwei verschiedene Arten von Hyaluronsäure. Ich habe euch ja mal einen Toner vorgestellt, der sogar fünf Arten verschiedener Hyaluronsäuren hat. Aber das macht auch schon den Trick, sage ich euch. Weil das ist ein solcher Feuchtigkeitskick, wie ich, glaube ich, kein anderes Produkt zumindest aus der Apotheke kenne. Vitamin B5, das Dexpanthenol, das fährt so ein bisschen die Teigproduktion in der Haut runter. Das heißt, gerade für die, die so ein bisschen unter fettiger oder öliger Haut oder in der T-Zone irgendwie leiden, ist das ganz toll. Weil es einerseits, weil es eben auch Produkte gibt, die diese Teigproduktion runterfahren, die aber die Haut so ein bisschen austrocknen. Und das tut es nicht, weil es eben in Kombination mit Hyaluronsäure ist. Und es ist mit Mardecatheoside oder Mardecatheoside, habe ich total versaut jetzt wahrscheinlich das Wort. Das ist ein Bestandteil von Tigergras, also Centella Asiatica. Und das hatte ich euch ja letztes Mal schon in der Some by Me 30 Tage Miracle Cream, die ich ja so teufel. Und die ich jetzt übrigens meiner Tochter gegeben habe, weil sie so ein bisschen kleine Pickelchen hier oben hat. Und ich wollte mal gucken, ich hatte euch ja gesagt, dass die Creme ich nicht beurteilen kann, wie es bei Leuten ist, die so unruhige Haut und so kleine Pickelchen haben. Und als ich beim Abendbrotstisch saß, dachte ich so, guck mal, könnte ich meine Tochter geben. War sie im ersten Moment nicht so begeistert, aber was soll's. Aber das ist eben auch ein Bestandteil in diesen beiden, also in dem Serum und in der Creme. Das bedeutet, dass dieses gerade Centella Asiatica, das zieht auch so ein bisschen die Poren zusammen. Das heißt, es gibt deiner Haut auch so einen Glätten-Effekt, verbunden eben mit diesem frischen Kick, finde ich das ganz, ganz toll. Also gerade für die, die sagen, ich will nicht mehr haben als irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit, ganz, ganz tolles Serum. Übrigens auch das, was Thomas benutzt, das hier. Das Serum benutzt er, weil er als Mann irgendwie was braucht, was nicht ganz so, wie sagt er immer, was so Gold und Shishi aussieht, da hat er keine Lust drauf. Und dieses Blau hat ihn irgendwie als Mann angesprochen, nimmt er nach der Bartpflege sozusagen, packt sich das einmal aufs Gesicht. Tolles Produkt. Ich muss mich wieder ein bisschen beeilen, ne? Ich laber schon wieder so viel. Jetzt habe ich gerade wieder auf die Uhr geguckt und gedacht, ich muss eines der beiden, ich habe jetzt noch zwei Produkte, allerdings bestehen die jeweils aus vier Sachen, ob ich eins jetzt rausschmeiße. Aber ich versuche mich einfach kurz zu fassen, zumal es Inhaltsstoffe sind, die ich euch eben schon mal erklärt habe und das nicht alles nochmal machen muss. Aber ich glaube, mittlerweile hat jeder von The Ordinary gehört. Und ich finde The Ordinary nicht ganz einfach, weil du, wenn du auf deren Seite gehst, was auch übrigens schwer ist, die zu finden, aber wenn du deren Produkte anguckst, du musst schon ein bisschen Ahnung haben von Inhaltsstoffen, was sie machen und so weiter. Also bevor du da auf kaufen klickst und so attraktiv das auch ist, weil die Preise sind wirklich niedrig, trotzdem musst du irgendwie wissen, was du da kaufst, was deine Bedürfnisse sind, aber was eben auch da drin ist und was es macht und so weiter. Und das finde ich manchmal nicht ganz einfach. Deshalb für alle, die sagen, Mensch, ich würde die Linie gerne mal kennenlernen und ausprobieren, haben sie eben kleine Sets, was ich ganz toll finde. Ich habe das Molecule Set bestellt, das sieht so aus und ich kenne eben auch alle Produkte schon einzeln, alle bis auf die Creme, den Moisturizer, den kannte ich nicht, aber alle anderen hatte ich mir vorher schon besorgt. Und starten tut man mit dem, mein Mund will immer Cleanser sagen, weil es ist clean von sauber, aber der Mist heißt Cleanser. Also mit dem, mit der Seife, mit der Squalene-Seife. Squalene ist übrigens etwas, was wir auch selber in der Haut produzieren, das ist der Hauttalg. Das ist der Hauptbestandteil. Squalene ist dafür zuständig, dass die Haut schön durchfeuchtet ist, dass das, was du häufiger hast, wenn du dir das Gesicht wäschst, dass das so ein Trockenheitsgefühl hinterlässt. Das tut das auf gar keinen Fall, es ist im Gegenteil dafür gemacht, dass es so einen kleinen Hydrofilm auf der Haut hinterlässt, sodass die Feuchtigkeit eben nicht verloren geht. Und dass dieses Wasser, was ja auch nicht den pH-Wert unserer Haut hat, dass es die Haut nicht zusätzlich austrocknet. Finde ich einen ganz tollen Cleanser für morgens. Zum Make-up entfernen würde ich das nicht nehmen. Also ich habe es zwei, dreimal versucht, das ist nicht schlecht, aber dann muss ich nochmal drüber gehen. Und ihr wisst ja, ich mache ja sowieso schon die Doppelreinigung, einmal mit diesem Ölschritt vorher und danach den Cleanser. Aber da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da nicht alles runtergegangen ist. Aber für morgens ist es wirklich ein ganz toller Cleanser. So, und danach machen wir weiter mit der Salicyl-Maske. Und dazu muss man eigentlich auch nicht viel sagen. Salicyl hat einen Peeling-Effekt, das ist eine von den Säuren, die deine Haut sanft sozusagen von abgestorbenen Hautschüppchen befreien, was ohne die Haut zu röten eben den Erneuerungsprozess der Haut anschiebt. Das würde ich ein- bis zweimal die Woche, mehr nicht. Das ist mit zwei Prozent Salicylsäure auch wirklich in einem Bereich, wo ich sagen würde, das kann jeder nehmen, der normale Haut hat. Wenn du wahnsinnig empfindliche Haut hast, müsstest du vielleicht mal vorher ausprobieren am Kinn oder was, einmal um zu gucken, wie du darauf reagierst. Und wenn das gut läuft, dann machst du es halt mehr. Ein- bis zweimal die Woche, zehn Minuten. Mehr würde ich euch das nicht empfehlen. Ist eine tolle Maske, macht einen Peeling-Effekt. Wenn ich ein bisschen intensiveres Peeling möchte, dann gibt es ein anderes, so ein rotes Ding von The Ordinary, was ich toll finde. Aber da muss man wirklich sagen, das ist nur für die ganze Harte. Das brennt wie Hölle. Aber das ist ein sanftes Peeling, was gerade in dieser Kombination mit den anderen Produkten von The Ordinary toll passt. Als drittes in der Box findet ihr das Niacinamide 10% und Zink. 1%. Und das hatte ich euch ja letztens, glaube ich, von Revolution vorgestellt. Dasselbe Prinzip. Niacinamide, ganz toll. Deshalb habe ich das eben auch aufgenommen in meine Best-of-Ü-40-Jährigen. Weil Niacinamide, wie gesagt, das brauchen wir. Also wenn ihr wirklich nur ein einziger Pflegestoff in eure Pflegeroutine aufnehmt, dann lasst es Niacinamide sein. Gerade auch für die, die sagen, Retinol ist mir echt zu hart. Weil da muss man tatsächlich eine relativ robuste Haut haben, finde ich, für Retinol. Bei Niacinamide ist es auch für ganz, ganz schwache Haut, die leicht rötet, die sich leicht schubbt. Und Rosizia, neigende Haut, ganz, ganz toll. Und mit 1% Zink. Zink ist ja im Prinzip, alle, die ihr Babys habt oder so wie ich hattet, also sind immer noch meine Babys. Aber sie sind halt nicht mehr in dem Alter, wo ich ihnen die Pampers mache. Weil wenn ihr euch noch daran erinnert, dass alle Salben, die so gegen den wunden Po sind, das waren im Prinzip Zinksalben, da haben wir unsere Kinder dann mit den Popo eingerieben. Zink ist eben entzündungshemmend, gibt trotzdem auch Feuchtigkeit, ist antibakteriell. Ganz toll, ganz tolles Produkt. Und das mit 1%, was ist da drin? Ja, 1% Zink ist absolut, es ist hoch, das denkt man gar nicht. Aber 1% Zink ist absolut ausreichend. Ganz, ganz tolles Produkt. Ja, abgeschlossen wird das Ganze mit dem Natural Moisturizing. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ja nicht viel zu sagen, außer zieht wahnsinnig schnell ein. Ich habe das einmal Thomas gegeben, der so ein bisschen fettige Haut hat. Und auch da ist es sehr schnell eingezogen. Es läuft, glaube ich, unter sehr leichte Moisturizer, die, glaube ich, für jedermann gut ist. Ihr müsst wissen, ob das für euch ausreichend ist. Für mich hat es ausgereicht, wenn ich die Schritte vorher gemacht habe, schön mit Feuchtigkeit. Gerade, wenn ich das im Zusammenhang mit dem Roche-Posal genommen habe, dass es dir so einen frischen Kick gegeben hat, dann hat das total ausgereicht. Aber ich glaube, nur das als Feuchtigkeit, ohne dass ich ein Serum vorher drauf gemacht habe, wäre es mir wahrscheinlich nicht genug. Aber ich habe es nicht lange genug ausprobiert, um euch das zu sagen. Aber falls ihr sagt, ich will The Ordinary mal ausprobieren, dann ist das auf jeden Fall eine Box, wo ihr vier Produkte drin habt, von denen ich von dreien auf jeden Fall sagen kann, dass sie ganz toll sind. Kommen wir zum Letzten. Versprochen. Ich wollte eigentlich am Anfang noch was sagen, und zwar zu einem Kommentar, der mich nach der Perücke irgendwie erreicht hat. Und dann habe ich das aber wieder verworfen, weil ich gedacht habe, das ist so ein Thema, da kannst du gar nicht gewinnen. Oder beziehungsweise, da kannst du nur verlieren, egal was du dazu sagst. Und zwar hatte ich in einem Kommentar gesagt, ja, ich klebe mir die Perücke nicht, weil in Amerika, die Schwarzen, die gehen damit ins Bett und tragen das dann irgendwie eine Woche oder was, ihre Perücke. Und da war jemand ganz, ganz böse und sagte, also wenn du dich schon unserer Kultur bedienst, dann bitte schön afroamerikanisch. Dann nenn uns afroamerikanisch. Und erst hatte ich eine Antwort formuliert, ehrlich gesagt. Dann habe ich mir die Antwort durchgelesen und habe gedacht, das, weißt du, was soll das? Also ich wollte dann auch noch sagen, Mensch, du kommst ja scheinbar aus Afrika und ich komme aus Afrika. Meine Mutter ist ja nun mal Marokkanerin, das ist Nordafrika. Wollen sich jetzt zwei Afrikaner darum streiten? Ob man Afroamerikaner in Deutschland, sage ich mal, sie hat mir auf Deutsch geschrieben. Warum soll ich sie Afroamerikanerin nennen, wenn sie vielleicht noch nie einen Fuß nach Amerika gesetzt hat? Und da habe ich es mir nochmal angeguckt und habe gedacht, nee, ich lösche den Kommentar einfach. Und habe dann nochmal mit meiner Freundin Marie drüber gesprochen. Kennt ihr Marie? Nichts ist schöner als Marie, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich kann mich mit Marie auch nur an Tagen treffen, wo ich ganz besonders viel Selbstbewusstsein habe, weil ansonsten an Marie ist einfach alles schön. Und habe gesagt, wie sie zu diesem Kommentar steht und Marie war total genervt. Sie hat gesagt, sie hat gar keine Lust auf die Diskussion. Hätte mich mal interessiert, wie ihr darauf, ist es euch irgendwie blöd aufgefallen, dass ich das gesagt habe? Fandet ihr das unpassend? Wie hätte ich das sonst bezeichnen sollen? Mich interessiert euer Input dazu. Weil wirklich, ich finde, häufig habe ich so ganz andere Denkansätze dann, wenn ihr euch daran beteiligt habt. Oder ihr regt mich zum Nachdenken an. Gut, es ist nicht so, dass das Video nicht schon eh lange genug ist. Wir machen es auch schnell, denn die letzte Serie ist nochmal von, was heißt nochmal, die ist von Mison und das ist die Snail Repair Intensive Serie. Das ist so geil. Das ist meine, hier ist meine zweite. Ich wollte schon sagen, das ist meine dritte. Ich habe mir das alles schon mal bestellt. Ach nee, ich habe das dreimal bestellt, weil ich es jemandem verschenkt habe. Also, für alle, die Lust haben, das ganze Prinzip Schneckenschleim mal zu erkunden und die auf wirklich hochqualitative Inhaltsstoffe setze, sind sie bei Mison total gut bedient. Du hast einmal den Cleanser, der wirklich ganz toll ist. Das ist ein Fummingler, der auch so ein bisschen schäumt, was ich persönlich ja ganz gerne mag. Obwohl ich weiß, dass der erste Schritt, dieser Ölcleanser, der schäumt ja auch nicht und trotzdem holt er schon ganz viel runter. Aber so fürs Feeling mag ich es ganz gerne. Also, das ist der Snail Repair Foam Cleanser, gefolgt von dem Toner. Und seitdem ich die Asiaten kenne, weiß ich, dass ein Toner, früher habe ich immer gedacht, das ist einfach nur so ein bisschen Wasser ins Gesicht. Aber seitdem ich die Asiaten kenne, weiß ich, dass du manchmal sogar nur mit einem Toner den ganzen Tag top überleben kannst und super durchfeuchtet bist und das sogar was gegen die Falten tut und so. Also, Toner ist nicht gleich Toner und schon gar nicht bei den Asiaten. Ein Toner, ganz klasse, der ist auch so ein bisschen dickflüssig, was ich toll finde. Ich habe ja den von Hadalabo euch mal vorgestellt, der ist ja auch, siehst du ja, wenn er aus der Flasche kommt, fast so ein Serum, wenn du so willst. Und danach hast du das Essence, also Ampullen und Essence, habe ich festgestellt, ist dasselbe. Ist auch noch dickflüssiger, gibt dir aber genau diesen Frische-Kick und diesen Straffungseffekt, der einfach mega ist. Und die All-in-One Snail Repair Creme sucht wirklich ihresgleichen. Das ist die einzige, wenn ich die drauf mache, mache ich noch nicht mal mehr eine Augencreme drauf. Und ich mache immer eine Augencreme drauf. Aber die, das deckt komplett. Und ich glaube, es ist Wayne Goss oder so, der immer so ein bisschen zurückhaltender ist. Das ist auch ein YouTuber hier, den ich sehr gerne mag. Der sagt immer, ach ja, Augencremes und so weiter braucht man nicht. Also, wenn ihr die Creme benutzt, dann braucht ihr wirklich keine Augencreme. Die ist ganz, ganz toll. Ja, das sind die Sets. Oh, ich hätte euch so gerne noch mehr darüber erzählt. Weil gerade dieses Set finde ich ganz toll. Ich hätte es mal an den Anfang backen sollen. Duft, ja, gut. Das war's, ihr Lieben, mal wieder. Ich hoffe, dass ich unter 30 Minuten geblieben bin. Ich hatte euch ja letztes Mal gefragt, ob ihr das wollt mit dem Instagram Live oder hier YouTube irgendwie Livestream. Ich mache das mal. Ich mache das und bin wirklich sehr gespannt, wie viele von euch auftauchen. Nachher sitzen wir da zu dritt. Okay, ist auch egal. Holen wir uns ein Video und machen uns das schön. Also Leute, ich umarme euch wie immer und küsse euch. Und danke euch für eure Treue und für eure Kommentare immer wieder. Es ist mir ein Fest. Also, ich habe schon wieder Tschüss gesagt und Lara trotzdem weiter. Ist das wirklich tragisch? Also, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, adios, I'm done. Bis zum nächsten Mal.